heute gibt es wieder ein video richtig habe ja gesagt gestern schon das jetzt ein bisschen verstärkt und modern war von drei videos kommen mal gucken ob wir vielleicht eine karte kriegen auf die ich bock habe oder die selbe karte von gestern kriegen haben wir natürlich selber karte gestern seht ihr das nicht deswegen lang gerät kurz über die bocke blassen ob das kommt habe die glocke gleich das video das war jetzt so daneben ja ich weiß und los geht ja okay und ja wir spielen terminal wie ich gestern besprochen habe nein also das war zufall es wurde gleich für terminal abgestimmt in den nagel und runde werde ich reingeworfen ich stehe in jemanden hallo ist nur ein bisschen weg hier das ist ein bisschen zu intim und ja package bürst wer kennt mich sehr lieblich vermuten boffer 2 ach warte mal wie spiel modern warfare 3 komisch also außer dass die bewegungs engine etwas anders ist die kill engine etwas anders ist dass die energie ob das das mit gemeint ist aber ja irgendwie kilt man ein bisschen anders aber es ist nichts anderes als ein verdammtes dlc weil du einfach nur zusätze dazu bekommen was zum originalspiel das war auch nur 40 gb update und ich muss mich leider auch an das komplette game gewöhnen was mich noch ein bisschen ärgert weil ich jetzt gerade wirklich wie der erste tv spiel auf der karte bewege ich habe ich muss sagen das ging gestern video vor dem video und besser aber ja das ist ja ich stotter ein bisschen ich weiß wo kommt die personen hier jetzt war ohne scheiß wo kommt denn die person hier ja die ist mir hinterher gelaufen und hat junge 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 ich kenne die karte ich weiß nicht mehr welches cd das war ja man der sieht nicht kann auf mich feuern aber ich kann nicht auf ihn ja der realistisch ja man können wir als die perfekte schussbahn haben junge 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 muss ich ein bisschen mehr konzentrieren nicht witzig war ja es gut ist gut bringt euch nein ah man ja man wo sind sie denn überall ich kenne die karte ich weiß ich mich bewege aber ja ja die anderen wüssten sie sind nämlich bessert sich ja ich habe doch endlich hier noch den stangen irgendwann noch mal ja soweit ich ruhig werde bin ich konzentriert da wo ist wie lange zuerst dass sie mich aus dem kopf der erschossen hat man ich habe das aber gerade ab ich komme nicht hin wie ich will die haben die eine seite komplett gesehen ok jetzt bin ich geistig raus habe ich denn hingeschossen gesagt man muss sich an das komplette gameplay gewöhnt weil es ist man wieder ein cd was sich von der masse abhebt von bewegung her und vom schießen naja ist jetzt nicht so schön man bedenkt dass die letzten jahre so viel einfacher waren aber wie gesagt außer dass das ein verdammtes dlcs ist da nicht besonderes dran ok die karte bin ich toll natürlich die karte finde ich echt toll wer mag terminal nicht was war das denn hat er irgendwas aktiviert aber wer mag den terminal nicht von uns ich habe keine granaten mehr aber man manchmal kann zu schießen ja hoch ja natürlich danke ich glaube wir noch gleich von da habe ich nicht so gesagt kann ich nachhören das wort habe ich nur nicht gemeint muss ich auch an die waffe hier gewöhnen aber ich dachte es kommt gleich einer von hinten hier hätte man ja nicht anders wenn gut da wo kann man dahinten oh mein gott kommen jetzt auf kam der afghanistan stirbt sorry alter täglich herausforderungen was habe ich geschafft oh man springen die doch nicht entgegen man da kommt zeigt ich komme schon ich kann mich nicht weiter bewegen was das denn ich habe ja natürlich ich habe noch mal verdammt noch mal aber ich glaube 7 zu viel es läuft einigermaßen gut aber nicht immer noch zu schlecht gerade bin aber die karte ist auch toll ich mag die karte terminal ist eine echt tolle alte oldschool karte wenn ihr wisst an welchen cd die aufgetaucht ist ich weiß es wirklich nicht mehr dann schreibt doch mal bitte in die kommentare ich sag mal muss ich so an das schießen gewöhnen weil es ganz anders sich anfühlt weil es ganz anderes gefühl ist komischerweise und nicht zu tief fallen dann stirbt man ja ich weiß also hier sind zwei meiner leute sehr schön wo sind die gegner rechts in der ecke und da vorne ja ich wusste nicht mehr genau die möglichkeit ist von hinten dahin zu kommen das wusste ich jetzt nicht mehr aber ja es war wirklich scheiße naja okay das war nicht nur betäubungsgranate ja wie gesagt das zielen ist ein bisschen ich habe mir noch gedacht aber ich habe das nie nicht gesehen aber gut die runde läuft einigermaßen stabil einigermaßen stabil wie gesagt ich muss ein bisschen level ich werde heute haben doch noch zocken weil ich muss meinen rang hochkriegen ja wenn ich um die ecke gucke werde ich um die ecke gucke dann kommen wir drüber kommen wir drüber ja ja wieso habe ich die nicht ich hab doch ok 10 zu 7 ist immer noch okay es geht schlecht das geht natürlich auch viel viel besser natürlich aber es geht natürlich auch noch schlechter schlimmer geht immer ja so ähnlich aber die karte ist toll ich mag terminell mögt ja auch schreibt man die kommentare das wäre jetzt heftig um der hoch käme danke 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 für die kill unterstützung hier muss einer sein oder gerade sagen hier war doch irgendwann ich habe daraus gesehen aber ich glaube man kann sich an das killen gewöhnt komisch ist auch wenn man schießt wie der sound der waffe ist da läuft langsam läuft langsam ich muss einfach mehr spielen ich muss haben mehr spielen auf jeden fall aber es geht natürlich auch super auf karten die man kennt wenn man die karte nicht kennt und die anderen haben ja hier geht es mir mehr wie sagt man vorlauf so 13 28 das ist doch gar nicht so scheiße besser als die quote gestern aber das ist einfach der unterschied zwischen candy karte candy karte nicht wie gesagt das ist einfach der unterschied zu candy karte candy karte nicht wenn ich die karte kenne dann bin ich auch besser dann muss ich mich konzentrieren bekommen die her dann ist das so ein automatik modus das kennt glaube ich jeder von euch und für das wort weil ich eben viel gesagt tut mir leid ich werde versuchen auszupiepsen so meinte ich das eigentlich schon aber egal egal ich habe die drei normalen geschafft jetzt kommen die bonus gewinne spiele um mehr punkte zu verdienen ja also ein spiel mich gewinnt kein problem mache ich heute abend noch fertig werde auf jeden fall ein bisschen mehr zocken weil wie gesagt es fühlt sich komplett anders an aber auch von mehr schuss zum töten und trotzdem stört man genauso schnell keine ahnung also ich muss mich erst rein fuchsen leider ist es nicht so wie die letzten cds wo du einfach wirklich von cd zu cd einfach übergang hat ist ein ganz einfachen den hast du gefühlt für mich jetzt als alter mann nicht in dem game oder für jemanden in meinem alter ansonsten ja es ist es ist einfach modem war zwei und außer dass ich jetzt mit anders zockt alte karten dabei sind neue karten dabei sind bedenkt lohnt ich das ja nö vielleicht also gut was was war gab es denn damals vier dlc ist die dlc 30 euro nur 120 jetzt habe ich 100 ausgeben für ein kompakt der dlc ja mein gott na ja mein gott und haben wir sollen mal machen ja komischerweise ist das mit mit dem package bürst immer noch da aber schneller weg weiß nicht woran es liegt weil ich spiele auch zu wenige grad cd aber ich bin ein bisschen das video länger strecken die video länger strecken deswegen höre ich jetzt auch oft zu labern wenn ihr bis hier geguckt habt danke 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 wenn ihr bock auf lassen aber da wenn ihr bock auf schreibt es in die kommentare wenn ihr bock habt bleibt oder dislike das video und wenn ihr noch größeren bock habt wie gesagt abonniert den kanal wertteil meiner micro community unterstütze mich da ich auf die 600 komme es fehlt zurzeit noch fünf abonnenten um die 600 zu erreichen die dann auch ein bisschen besser aus mit 600 ein bisschen runder ansonsten wünsche ich europa glück oder können euch jetzt hier mit einem schönen tag ich bin hier mit raus peace out